Also ich komme jetzt mal auf euch zu, mit der Bitte, ihr dürftet jetzt mal langsam euch rumwenden. Ja, so dass ihr auf dem Film dann auch zu sehen seid. Und den werde ich euch dann irgendwann in den nächsten Tagen überspielen. Lieber Ernst, genau das hoffe ich, dass das geht. Ich werde mich da am Dienstag bei einem Fachmann, der dies wirklich kann, erkundigen. Und genau den werde ich auch die Sache übersenden lassen. So, jetzt ist es 48, 49. Bis zum nächsten Mal.